Guten Morgen, Rutsch! Wir sind hier am weltbekannten Flughafen in Düsseldorf-Wetze. Wo geht's hin heute? In Barcelona. Na, Barcelona. Mit Ryanair. Die Spannung steigt. Wetze International Airport. Ryanair. So, Leute, wir sind in Figueres angekommen. Die Sonne scheint. Und da hinten ist das Dali Museum. Da gehen wir jetzt hin. Dali Museum in Figueres. Girona. Zirkus. Zirkus. Gute. Zirkus. 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 Vielen Dank. Die inklusive Badewanne unter der Decke. 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 Was sagt er? So erster Eindruck vom DALI Museum. Eintritt wert? Eintritt ist ein Wert hier. Er ist Kokilerkünft. Er ist Kokilerkünft. Das ist Kokilerkünft. Er ist Kokilerkünft. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es scheint es hier gar nicht so kalt zu sein. Ich mache das nur fürs Video. Und was sagst du denn zu dem Wetter hier? Sonne, ne? Blauer Himmel. Probe mal Richtung Himmel, wenn Engel reisen. Lieber Bernd, jetzt hast du das Dali-Museum gesehen? Ja. Ich habe an deinen Blicken gesehen. Du bist schwer beeindruckt, oder? Bin unheimlich. Ja? Würdest du das als Geheimtipp werten hier? Geheim gar nicht mal, aber Tipp ist es. Okay, schönen Dank zu wissen. Okay, schönen Dank zu wissen. Ja? 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 balg...